Wobei, erst dann die Viehzucht, dann die Ballistik. Sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Er war erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Eine neue Technologie wurde von früher in der Ausgleichen vergründet. Herzog. Dann schalten wir langsam mal die Minen auf Geologie. Ja, die noch nicht. Aber wie sieht es bei der aus? Die da sollten wir auf Geologie umschalten. So. Nochmal 6 drauf. Ich glaube, langsam kann ich hier wieder die bessere Verpflegung ausstehen. Ich habe einen neuen Handelsaußenbosten errichtet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Eigentlich das hier auch gleich noch. Das heißt, ich muss noch mal drei mehr. So, das heißt, erst mal die jeweils eine Stufe ausbauen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ballistik. Gibt es eigentlich auf der Karte überhaupt Fisch in meiner Nähe? Ja, da unten. Soll ich also mal langsam weitermarschieren? So, bessere Verpflegung nach Bedarf für dich. Weil mein ganzes Brot brauche ich eigentlich nicht. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbosten. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Na komm, ich brauche noch einen. Dann kann ich die Farben erforschen. Da kommt das Brot. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen gegründet. Gebäudeausbau fertiggestellt. Körchenausbau. Körchenausbau. Ein neuer Handelsaußenbosten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Also ja, hier an dieser Stelle sollte ich dann anfangen, wahrscheinlich mich zu befestigen. Körchenausbau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geht zu acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, Bäume fällen und das da. Und die können wir abreißen. Sollte hier Platz für noch einen Jäger haben? Gut. Sollte hier. Sollte hier. Sollte hier. Sollte hier. Sollte hier. Sollte hier. Hier haben wir viel mehr. Erreiche die Verse von mir. Aber ich habe es nicht, dass wir hier eine Basis-Nivea-Schein nennen. Aber wir müssen uns die Basis-Nivea-Schein nehmen. Das ist ein Ausgleicher-Schein für die Basis-Nivea. Und wir müssen uns die Basis-Nivea abnehmen. Wir müssen uns mit ein paar Ausgleicher-Nivea-Schein függen. Wir werden uns mit dem Ausgleicher-Schein machen. Und ja, ihr werdet wahrscheinlich schon festgestellt haben, bis jetzt, dass ich ziemlich einen Forschungsschwerpunkt habe. Bevor schon gar nicht irgendwie das Nützlichste so ist. Okay, Dracorian legt jetzt eine Schippe drauf und greift den Mittelpunkt an. Also ja, wir werden erstmal versuchen, hier die Frontlinie zu ziehen. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem Eurer Rival.